Qualität, Innovation, Nachhaltigkeit, SULO. Hallo und herzlich willkommen. Heute möchten wir Ihnen einmal live unsere Ident- und Wiegetechnik an einem von uns ausgestatteten Sammelfahrzeug präsentieren. Kommen Sie mit! Nun befinden wir uns am Heck unseres Sammelfahrzeuges. Hier sehen Sie die Antenne, mit der die Transponder, die sich in unseren Behältern befinden, gelesen werden. Die Daten werden mittels des Multi-Readers an unsere hier oben befindliche Systembox übermittelt und ausgewertet. Über unser optionales Heckterminal können Sie behälterbezogene Kommentare eingeben. Vorne im Fahrerhaus wird auf einem von uns installierten Display angezeigt, was der Reader hinten an der Schüttung erfasst. Unter anderem die Chipnummer, Leerungsdaten, die Gewichtsdaten des eingehängten Behälters. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, verschiedene Modis und verschiedene Anzeigen im Display zu wählen. Unter anderem können Sie hier die Betriebsdatenerfassung vornehmen. Das ist unser Überblick über unsere SmartSolo Ident und Wiegetechnik. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal! Sprechertitelung des ZDF für funk, 2017 Sprecheraiton Sprecheräton Sprecheräton